Hier sehen wir eine Ladenei-Kabine für vier Personen. Hat man dann wieder Stockbett, hat man hier mit dabei. Ganz normal die Doppelbetten mit. Und hier draußen ist wieder der Wintergarten. Superschön. Wieder die Hängematte. Und hier hat man auf den Walk-up-Fanien, hat man hier wieder Aussicht. Das sieht man schön, was hier los ist. Da kann man immer mal ein wenig schauen, wer so entlang geht.